Ich salutiere den gelehrten Herrn. Das also war des Pudels Klang. Ihr habt mich weitlich schwitzen machen. Wie nennst du dich? Die Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr verachtet, der weit entfernt von allem Schein nur in der Wesen Tiefe trachtet. Nun gut, wer bist du denn? Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ich bin der Gast, der stets verleimt. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Ende.